Herzlich Willkommen am KIT, herzlich Willkommen zu unserem Tag der offenen Tür bei uns am Campus Nord. Wir haben ein tolles Gelände hier, Zaun umrundet, welches heute für alle Menschen geöffnet ist. Dann, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr denn das? Lieberheimnis! Wir freuen uns riesig, dass viele Menschen den Weg zu uns kommen. Was wir uns gefunden haben, um sich Technik, um sich Forschung, um sich Innovation hier im direkten Umfeld anzuschauen.